Was ist denn am Leben? Gejinxed. Oh, easy. Na dann ran. So. Die schönste Crewmate-Runde, die es gibt. Wir werden ermitteln. Oder wir machen einfach Tars. Ich bin halt immer so ein Tars-Dude, ne? Durch diese ganzen Games, die man spielt und Quests und so, ist man immer gleich so darauf fixiert. Ray, hau ab. Geh weg, lass mich in Ruhe. Bam, easy, kein Problem. Okay. Ich gleich alle Tars werde, ich habe eine erste Runde. Dann kann ich ermitteln gehen. Oh, Dalu-Kart war auch hier, okay. Nein, ich hasse diese Tars. Oh Gott. Okay. War irgendjemand gerade, also irgendjemand war gerade in den Kameras? Sven ist nicht als erster gestorben, ich glaube, der ist im Postal. Ja, danke. Das reicht mir. Das reicht mir auch, ja. Ich habe mich schön von euch ferngehalten. Wer war gerade Kamera? Ich. Hast du mich gerade runterlaufen sehen? Oder warst du in der falschen? Ja, du liest ein bisschen verwirrt rum. Aber ich war auch nur in zwei Kameras. Also ich bin straight runtergelaufen gerade. Maxi hat noch gesehen, wie ich rechts aus der Electrical raus bin. Und bin runtergelaufen in die Ecke Coms, Weapons, Eingang Office. Und genau da zwischen Weapons und Coms quasi liegt... Du hast auch das Licht mit mir angemacht. Beziehungsweise du warst vor mir sogar da am Licht, deswegen kann ich dich da zumindest... Ja, doch, aber er könnte es self-reported haben. So, deswegen Weapons und Coms... Da ist noch irgendwer anders gerade mit mir rumgehopst. Ja, Dizzy war Labor, oder? Ja, und ich auch. Maxi ist auch oben rechts gewesen. Ambora hat da einmal reingeguckt. Das konnte ich auch noch auf den Kameras. Dizzy, mein Freund. Dizzy, Kalle, wo seid ihr? Ich war Admin und Lifeline und wollte gucken, ob jemand stirbt. Gerade ist jemand gestorben, da wollte ich reporten. Da wurde aber die Leichte schon reported. Ich war nur Admin und Lifeline. Kalle, weißt du, wie lange er schon tot ist, wenn du da standest? Es kann, also es müssen so 15 Sekunden maximal her sein. Weil, als die Runde begonnen ist, bin ich quasi im Loading-Screen schon rausgelaufen. Direkt zur Lava-Gruft. Da hab ich da Temperatur gemacht. Und dann bin ich Lifeline gegangen, da haben doch alle gelebt. Dann bin ich Admin gelaufen. Da hab ich gesehen, dass drei Leute... Wo bist du am Anfang hingelaufen, Ray? Okay, dann nicht. Sepp ist noch gemutet, fertig. Voll random jetzt einfach auf mich wieder. Ich hol mein Weedler-Board raus. Die App-DC müssten mich dann noch gesehen haben, als das Licht ausging. Als Licht ausging, bin ich Richtung Licht. Da müssten mich dann auch die paar wenigen noch gesehen haben, die es richtig fixieren. Ich hab gar nichts gesehen, weil ich im Labor war, mein Freund. Das ist aber jetzt ganz schön. Ja, das hab ich ja gesagt. Aber wenn du mich... Ja, gut, dann bist du halt alles unangenehm hier wieder. Oh ja, ich bin blind. Entschuldigung, Kalle, aber Egi, hast du mir zu lange gebraucht. Ja, ich hätte noch was Wichtiges gesagt, aber dann spare ich mir das einfach. Was ganz wichtiges. Ah, es ist... Ah, es ist... Entschuldigung. Entschuldigung. Da müssen wir aber ganz kurz mal rein hier. Ja, hallo Kalle, kann ich das Wichtige bitte noch mal hören bevor wir reingehen, danke Nein Wie, nein? Also ich sag nichts mehr, wenn ich abgebrochen werde Aber dann wäre es dann von Vorteil mit dem Wichtigen anzufangen und nicht erst mit dem, ich war im Kindergarten dann war ich in der Grundschule und dann Ja, dann hast du Pech und bekommst die Information Aber ich hatte ihn ja gefragt, wie lange die Leichterstörung Mich wundert es aber, wenn es wirklich 15 Sekunden oder so sind Das ist schon sehr lang Vor allem, wenn es 15 Sekunden sind und er wollte das reporten Aber die Leiche liegt links raus Also, meintest du, du wolltest die Leiche suchen oder meintest du, du wolltest einen Call machen? Okay, alles klar Ich glaube, wir kriegen keine Info mehr Äh, Dallukat Yes Hast du deinen Ray gesehen oben bei uns? Nein, 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 der kann er nicht Weil ich noch am Eingang war Also, und noch einen Also, Dizzy, du bist von der Rakete runtergekommen Und da hättest du mich eigentlich, wo du aus dem Raketendinges runtergegangen bist hättest du mir eigentlich entgegenlaufen müssen Dann ging nämlich auch das Licht aus und dann bin ich Richtung Licht wieder raus Also, ich war nicht im Lab drin, sondern noch in diesem Eingangsbereich Okay, Frage an Jay und an Maxi Habt ihr Ray gesehen? Da kam mir über Storage entgegen Als das Licht gefixt wurde Also, da wo der Benzin-Könnister ist, da kam er mir entgegen Als das Licht an war Kann mich nicht von unten oder von rechts? Äh, kann mich nicht gesehen Also, er war gar schon gerade Ray Maxi, von rechts? Ja, macht es sicher, ich bin verdammt auf mich, oder? Also, von rechts, aber ich war halt nur am Anfang Also, ich war schon auf der linken Seite von dem Storage Deswegen hab ich nur gesehen, dass er gerade gelaufen ist Also, Sven lebt noch und Ray ist der andere Auf geht's Oh Gott Ja, komm, ich wollte mich schon mal selber Es wird einfach hinauslaufen Das würde ich auch nicht sagen Das ist eine ganz schlechte Idee Nicht bei einem anonymen Vote, ich selber vote Ganz schlechte Idee Das geht? Das sagt ihr nicht jetzt? Aber es haben schon, außer Jay und Mike, haben alle gevodet Das heißt, wenn ich jetzt mehr als ein Vote habe, dann... Ah, verdächtig Oh Leute, wer voted denn? Boah, was ist das denn? Aber das finde ich gemein What the fuck? What the fuck? Was hast du nicht gemein? Äh... Okay Oh Oha Ähm... Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Aber warum? Also Warum wurde jetzt... Ah Äh... Damit bin ich jetzt ein bisschen überfordert Ah ja Ey, ich war beim letzten Simon Thales, Freunde Alter, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass hier Kalle rausgevodet hat Ich habe da geskippt übrigens, wenn ich nur gesagt habe... Ja, ich habe nicht gewodet, wie gesagt... Äh... Äh... Ja, ja, als ich rein bin, war es noch nicht, da war noch Use und auf einmal ist Report aufgeploppt Und Sven, ganz wichtige Frage, du bist jetzt nicht direkt am Schalter, sondern du bist jetzt reingelaufen und hast Report gesehen Äh... 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 Ja Ja, dann... Entweder ist da noch jemand, den man jetzt nicht gesehen hat, müsste Maxi... Ist da noch jemand? Ich war der erste bei den Schaltern, ich habe gar keinen gesehen Aber für mich ist dadurch halt Maxi super verdächtig, weil das ist der einzige, den ich jetzt gesehen habe Nee, ich hatte ja nur, was ich... Nee, come on Nein Das einzige, was ich gesehen habe, ist kaltgelb Und jetzt... Dann kam der Report... Wir standen zu dritt vor der Tür, ich bin der Meinung, vielleicht habe ich noch Jay gesehen Ich war definitiv nicht bei euch, ich bin... Dann war es der blaue Anzug von Ray, ja Dann war es der blaue Anzug von Ray Ja, das ist für mich okay Also wer ist jetzt da auf dem Stack gewesen? Ich kann es halt gar nicht wissen Ray, Maxi und Sven Nee, ich... Nee, ich bin reingelaufen, ich stand nicht... Ja, aber... Kann auch, ne? Und Tissi und Chris und Dalu waren gar nicht da, oder was? Nee, ich fand den Lifelines, ich wurde auf der Karte sogar gesehen Nee, ich bin ganz unten rechts, ich musste erst durch diese Dekontamination durch Ganz am Ende warst du unten rechts? Ja, ich habe gerade zwei Tastes Wer war nochmal jetzt bei dem ersten Kill in Anführungsstrichen verdächtig? Das war Ray Ja, ich mal wieder, ja Ja, du hast Ray gesagt Nein, ihr habt alle gesagt, ihr habt Ray nicht gesehen Alle? Ja, da kann ich halt nichts machen, wenn ihr mich nicht seht, ist halt doof Aber das hatten wir ja schon mal in Anfang der Woche schon mal das Problem What? Wie kann Chris denn unten... Moment! 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 Das verstehe ich gerade nicht. Ich habe Chris nämlich gar nicht gesehen. Ich will mich daran jetzt nicht aufhalten, aber ich habe Chris nicht gesehen. Zwei Kills sogar. Wo? Also Jay liegt oben in den Kameran. Und die waren eigentlich bis fast zum Ende noch an. Ich glaube, das war ein... Selbstreporten. Perfekt. Hammer. Alles klar, dann seid ihr beides. Ich war da ja nicht mal so. Der Kill wäre auch nice gewesen, aber das Blöde ist, ich falle für beide ersten Kills oder für die ersten drei Kills, falle ich halt weg. Deswegen finde ich das komisch. Also Sven und du, ihr könnt euch gegenseitig sein. Nee, in der ersten Runde wurde ich nicht von Sven gedreft. Nee, ich habe in den Kameras, ich kann es auch bestätigen, dass ich Kameras war. Ich habe auch gesehen, dass Maxi am Bohrer war. In der ersten Runde wurde ich von Chris und von Dizzy gesehen. Deswegen habe ich mich auf Raider so eingeschossen, weil er nicht da war und wir zu dritt waren und ihn nicht gesehen haben. Ich würde gerne... Ja? Also ich habe bei beiden, also ich habe sowohl Chris gesehen, als auch Jay diese Runde. Chris war gegenüber von Weapons und Maxi kam aus Weapons raus und dann... Ja gut, aber da reicht der Kill-Cooldown ja nicht für aus. Das ist richtig. Also der Kill-Cooldown würde nicht ausreichen, um beide Kills gemacht zu haben. Moment lagen also alle Leichen auf der linken Seite. Alle Leichen lagen auf der linken Seite. Obwohl wir wissen nicht, wo Chris liegt. Also Chris würde hundertprozentig fast meinen Arsch drauf verwetten, gegenüber von Weapons liegen. Aber Maxi war... Communications, genau. Genau, da habe ich dich und Chris zuletzt gesehen. Ja, okay, dann kann ich mir aber vorstellen, dass Sven vielleicht mich als Alibi nehmen möchte. Oder wie du sagst, Maxi, wir sind es beide. Dann ist es also für dich, Sven oder ich. Aber für mich ist Ray immer noch safe. Ray ist auch letzter gerade gewesen beim Reaktor, als wir schon zu dritt oben waren. Ja, das ist richtig. Ich habe halt kontrolliert, ob noch alle da sind. Ja, aber so spät. Ich würde Ray als erstes flippen und wenn wir nur einen haben, dann ist es halt Maxi, aber gut. Gut geplayt. Ja, gute Runde. War Ray und Maxi, ey. Eigentlich. Haben wir ja nicht gemacht. Sven ist nicht als erster gestorben. Starke Runde wieder von Sven und Dalu. Aber Ray und Maxi, ihr habt euch auch beide gegenseitig gesehen. Da wäre der Kill auch mega doof von euch beiden gewesen. Und wenn der Kill nicht lange sein kann, wieso kommt keiner von euch auf den Self-Report? Nee, war auch keiner. Nee, stimmt. Ich habe gekillt. Ja, weil wer sagt, ich habe meinen Sven nicht gesehen und es war halt für mich irgendwo schlüssig, dass er halt wirklich rein ist, den Report gedrückt hat. Du hast ja eine gewisse Range bei Ray gegangen. Ich musste so schnell reporten, das Licht ging da werden. Sven hat mich gekillt und ich reporte. Ich wäre sonst richtig gefummt. Ich dachte, Maxi und Ray können sich gegenseitig eigentlich sagen. Also es wäre mega dumm von jedem von euch gewesen. Ihr habt euch bis zum Ende totgesasst. Ja, das wollte ich ja auch. Das war unangenehm. Ja, das war. Sven, das war eine kleine Runde. Ja, sicher. Also, wow. Letzte Runde. Also, letzte wurde ich wirklich komplett geplayt. Ich hatte gar keine Ahnung. Also, ich habe zwar alle meine Tasks erledigt, aber ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe wirklich gar nichts mitgeschnitten. Ich habe nichts mitgekriegt. Warum habe ich so viele Tasks da mal? Moment. Gerade ist außen rumgelaufen, richtig? Gerade ist außen rumgelaufen, ja. Werden wir nochmal schnell downloaden? Ich habe so das Gefühl, mir wird hier gleich richtig viel was angehängt. Oder wir finden 20 Leichen. Ich gehe fast davon aus, wir finden 20 Leichen. Oh, das sind nicht viele. Da liegt jemand am Knopf. Oh Mann, Ray, mein Freund. Der liegt direkt am Knopf. Am Knopf. Da, wo wir jetzt stehen. Ja, ja. Steht er gut. Also, Ray war doch mit mir. Der war oben rechts im Laboratori. Das war schon ein bisschen her. Er hat irgendwas gesehen, was jemand nicht wissen hat. Er muss einen eindeutigen Beweis gehabt haben, warum wer Imposter ist. Das heißt, ein Mad Bay Fake oder ein Vent oder Sonstiges. Und der wurde dann... Dann müssen die beiden aber wahrscheinlich zusammen, konnten wir die komplette Map gelaufen sein. Sepp und Ray waren sehr lange zusammen. Meine Frage. Ja, wir waren halt an dem Mad Bay, aber er ist ja dann weggegangen. Das ist übrigens eine kurze Verständnisfrage nochmal, weil ich kenne das nicht so häufig. Wenn du das Mad-Ding machst, also jemand anders macht das, ist das in der Animation, sieht das so aus, dass der daneben steht? Ja, das gibt es zwei Spots. Entweder stehst du komplett mittig drauf oder leicht links oben. Nein, nein, die anderen. Also, wenn jemand anderes das macht, sehe ich, dass das in der Mitte steht. Ich glaube, das ist aus. Okay. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, der Imposter wollte Mad Bay faken und Ray hat eh gedrückt. Kurze Frage, bitte. Wenn du nicht zum Button laufen willst, sondern nur den Ganglern entlang, kannst du einen Report machen oder nicht? Also, ich frage mich einfach, warum Maxi zum Knopf geht. Weil ich den Wassertank da oben links auffüllen muss. Und da hast du den Report-Button bekommen? Da habe ich den Report-Button bekommen. Und er liegt genau vorm Knopf? Ja. Dalu, ich habe eine Frage zu Mad Bay faken. Ja. Wie funktioniert das? Wie würdest du sehen, dass der andere Imposter ist? Wenn du da hin gehst, kannst du nicht... Naja, wenn du als Imposter stellst, dann stellst du dich drauf. Es ist sowieso ein Fehler. Und der Inno kann ja einfach E drücken. Und der macht es ja. Der Imposter kann es ja nicht machen. Ja, sonst wird das stehen, dass es nicht geht. Bei mir stand nämlich Christian Waiting for Chris. Ja, genau. Ich habe es gemacht. Und als ich runter war, habt ihr beide weiter neben der Plattform gestanden. Ja, bei mir stand Waiting for Chris halt. Ja, aber da war ich schon weg. Alter, für kurz. Ja, ja, weil ich dann ja danach erst dran bin. Du kannst das nicht machen. Ich bin da wohl wem auf der Schliche. Da hat mich wer gevotet. Du kannst das nicht parallel machen. Ich muss da auf dich warten. Oh, what? So, dann gehen wir mal Asteroiden schießen, ne? Hat selbst sich gerade irgendwie versucht, einen Alifat zu holen. Die Runde davor. Nach Schuhe. Die Runde ist hier gerade nochmal reingedippt. Biggeräusche. Ganz einfach. Sag, dass es hier blöden ist. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du kannst das nicht versuchen, Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nicht so schlecht. Oh, was ist... Also, ich weiß ja nicht, Jay, ob wir dich gerade da sehr frisch ertappt haben bei dem Kill an Maxi, aber... Ui. Also da bin ich gespannt. Worauf bist du gespannt? Na, auf die Ausrede. Ich hab keine Ahnung, was er meint. Ich würde sagen, du bist gerade auf Spezman rausgekommen. Richtig, du bist auf Spezman rausgekommen? Ja, du bist mir entgegengekommen. Richtig, absolut. Gut, Dalu karrt in meinem Rücken und ich denke, er wird dasselbe gesehen haben wie ich, dass du quasi an einer Leiche vorbeigegangen bist, die du nicht übersehen hättest können. Was? Ja, also ich konfirme die Aussage komplett. Das ist absoluter Quatsch. Ja. Wo liegt denn die Leiche? Direkt ins Spezman, also Kontamination unten und leicht rechts davon. Ich hab manche nicht mal gesehen. Und Jay stand da noch und kam aus der Schleuse nicht raus. Also Jay, du hast auch 160% Sehkraft, also ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ich hab auch 160% Sehkraft. Ich hab Maxi nicht gesehen, was soll ich sagen? Das ist einfach ein einfaches Ding jetzt. Also entweder Jay oder Dalu und Dizzy. Ja, pass auf. Na klar. Also Dizzy kann den Kill zu 100% nicht gemacht haben. Aber das Einzige, was halt wirklich passiert sein kann, also ich bin mit so 99% sicher, ist Jay. Jay geht den Gang lang, hinter ihm der Killer und halt Maxi und er killt in Jays Rücken Maxi und Jay hat nicht hingeguckt. Ich hab keine Ahnung, ich habe Maxi nicht mal gesehen. Ja, aber wer war denn noch da unten? Also Christian und Sven waren oben Kamera. Kalle kam auch oben an. Kalle auch. Also es fehlten nur Mike. Ne, 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 ne. Ich war, als ihr es nicht gefixt habt, war ich grad da sozusagen. Ich war ab dem Table, es waren nur zwei Leute Specimen. Da kann es ja auch nur Jay sein. Ich war es nicht. Ich habe kein Maxi gesehen. Aber warum sollten Dalu und Dizzy, wenn die beide Impostor sein sollten, warum sollten die beiden Specimen abgammeln? Also Jay hat es abgeholt. Ich wotet, ich skippe. Ja, das ist komisch. Dann gucken wir mal. Puh. Der hat sich selbst gewotet? Ja, einer hat geskippt, einer hat Dizzy gewotet. Passt eigentlich. Ja, das, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte mich ja sehr, sehr hart gewundert. Also, haha, hätte mir da kein Wohl gekriegt. Glücklicherweise stand Dalu Karte daneben. Der hat das Ganze nochmal aufgewertet und die Glaubwürdigkeit erhöht. Nein. Irgendeiner kommt mir jetzt entgegen. Kalle? Kalle! Wo denn, Kalle, hin? Oh, Kalle, du Hoden. Hahaha, du Hoden, Kalle. Oh, Kalle. Du hast mein Vertrauen missbraucht, Alter. Ich hatte so... Ich hatte so... Kalle, Kalle. Ich... Kalle. Du hast mein Vertrauen so sehr missbraucht. Oh, hast du mein Vertrauen missbraucht. Du blöde Sau, ey. Ich könnte dir das. Ich könnte dir das, Alter. Ich könnte dir das, Alter. Zieh durch, Junge. Zieh deine Imposterrunde durch. Okay. Sehr, 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 sehr stark. Oh, puh, danke. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jetzt ist die wichtige Frage. Wie viele Leute waren tot, bevor wir Jay rausgebaut haben? Zwei, oder? Sorry, ich war gemuted. Ich habe gerade zwei Tote auf dem Admin gesehen. Aber Kalle... Lass Kalle mal gerade. Ja, Entschuldigung. Nee, sorry, ich war gerade gemuted. Ähm, ich habe den Dizzy unten. Einen Specimen, heißt das glaube ich, oder? Rechts. Rechts. Genau. Also ich war fast die ganze Zeit bei Admin. Und dann irgendwann habe ich gesehen, zwei Leute waren Richtung Lab. Und dann bin ich runtergegangen und habe dann gesehen, dass Dizzy da liegt. Das heißt, du bist von unten in den Specimen reingegangen, also Admin-Table runter rein. Ja. Und dann hast du gleiche da direkt gefunden. Ja, an dem Stein-Dings, also wenn du diese Dinger an den Dings reintun musst. Ich hätte eine wichtige Info. Ich war gerade oben rechts im Lab. Da war Sepp mit mir. Noch nicht lange her. Dann ging nämlich der Reaktor an und Sven war da auch drin. Nee, wir waren da. Dalu, du und ich. Das Ding ist, pass auf, die Runde hat begonnen gerade. Ich bin direkt runter, weil ich noch in Spezimann Aufgaben machen musste. Dizzy ist mitgekommen. Dann stand ich unten an der Kiste. Dann ist das Licht ausgegangen. Licht ist angegangen. Dizzy war wieder weg. So. Dann bin ich oben rechts lang. Hab da die Kabel gemacht. Hab dann in der Toilette die Kabel gemacht. Also da Dalu und Dizzy beide auf Jay gegangen sind und Dizzy jetzt tot ist. Also ist das irgendwie unwahrscheinlich. Jay ist weg. Also Dizzy ist weg. Ich vertraue da eher. Dalu war das nur Sven. Macht dann bitte. Okay. Pass auf. Ich war auch am Admin Table als Alarm an war. Und ich hatte gesehen. Also bin dann zu Lifelines gegangen. Hab gesehen, es sind zwei tot. Ich dachte liegen oben in Lab. Ich bin oben in Lab reingegangen und habe Kalle an der oberen Tür gesehen. Er wird mich durch die Tür auch gesehen haben und ist deswegen wieder runter gerannt. Er ist also zwar unten reingegangen. Wird gekillt haben. Hat mich oben gesehen. Ist zurückgegangen. Musste reporten, weil er Angst hatte. Ich komme zurück. Also ich gehe ebenfalls rein. Okay. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, wir flippen auch Dalu, weil dann immer das safe. Dass einer raus ist. Sollten auch zwei da sein. Aber ich habe keine Zeit mehr zu reden. Kannst du gleich das Knopfchen drücken, weil es noch weiter geht. Ich hab dich by the way nicht gesehen, Dalu. Sonst hätte ich nicht reportet. Sag dann gerade. Das ist schon mal so leid, Kalle. Das ist schade. Ich hab dich an der oberen Tür gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen, Scheiße. Ich stand auf der anderen Seite. Ich hab dich gesehen. Und als du gesagt hast, du bist unten reingegangen, hast die Leiche gefunden, war die Story für mich. Das war kein Imposter. Ich bin eine ganze Runde in Polos gelaufen, nicht einen gesehen und dann finde ich endlich Maxi kill ihn und dann kommen wir natürlich direkt fünf Leute. Mega gut. War so unlucky. Ich hätte noch eine wichtige Info. Aber die Kill von dir, Kalle, die beiden waren nice. Muss ich sagen. Ich hätte noch eine wichtige Info. Die konnte ich ja nicht mehr äußern. Haben wir gut zusammengearbeitet noch. Ich wollte noch sagen, Sepp und Chris sind by the way crewmate. Die konnte ich proofen. Aber... Ja, Ray war auch crewmate. Ja, Sepp war ja tot. Als Sepp tot war, wusste ich auch. Ich hab mich so geärgert. Aber wieso hab ich Dalu durch die Tür nicht gesehen? Ja, du stehst nicht da am roten Knopf als Crewmate. Du darfst nicht direkt an der Tür stehen. Dann sehen die anderen dich. Ja. Und ich stand halt einen Meter weg, deswegen wirst du mich halt nicht gesehen. Also ich hab dich halt komplett durchgesehen. Und ich hab die ganze Zeit gesagt, bitte lass nicht Dalu auf der anderen Seite stehen. Ja, ich hab das ja auch alles gesehen von meiner Geistessicht aus. Es war so unlucky, ey. Und ich sag noch so, Dalu, geh in die Schleuse. Ich lieg da. Dalu, geh! Es war so... Es war so perfekt halt einfach so. Die Kills da alle unten. Und dann hab ich das Reaktor-Ding angemacht, damit alle... Weil alle im Laboratori waren. Also wenn du da rausgegangen wärst, Kalle, wärst du auf jeden Fall gefickt worden. Böse Zungen würden behaupten, dass dieses Video nach dem Intro von dieser Woche aufgenommen wurde. Was aber gar nicht stimmt. Das war übrigens nur ein Bait, dass ihr euch nochmal von vorne anguckt. Falls ihr dieses Video als erstes gesehen habt, könnt ihr... Ihr wisst schon, wie ich das meine. Spaß beiseite, Freunde. Dankeschön, dass ihr euch die Woche reingezogen habt. Das freut mich wirklich sehr. An dieser Stelle möchte ich immer extra nochmal aufrufen. Ich bin echt für jedes Feedback sehr, sehr dankbar, ob es positiv ist oder negativ. Nimmt euch da bitte nicht zurück. Kritik ist für mich sehr, sehr wichtig. Da ich mich mittels eurer Kritik und auch Kritik von außerhalb immer weiterentwickel. Däumchen runter, hoch, spielt keine Geige, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Ich bin nicht sauer. Falls euch die Woche gefallen hat, falls euch die Among Us Folgen gefallen haben, drückt doch einfach Abonnieren. Nein. Und die Glocke nein. Dann kriegt ihr mit, wann die Videos losgehen. Und ich würde mich darüber auch sehr freuen. Und der Cutter bestimmt auch, oder? Der Cutter aus dem Off? Na klar, Maka. Bis dann. Haut rein. Freunde in der Sonne. Bleibt gesund. Halten die Ohren steif. Bis dann. 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 Vielen Dank.